Wir fangen an, die Arme ein wenig nach vorne und zurück zu bewegen. Genau, sehr gut. Und dann wieder lösen. Versuch, mit den Armen nach vorne und zurück zu schrauben und die Schultern dabei ganz locker zu halten. Die Schultern machen gar nichts, es sind nur die Arme nach vorne und zurück. Ich zeige dir ganz kurz. Einfach so schwingen. Genau, sehr gut. Super.